Hallo Gamers! Heute zeige ich euch, wie man in Roblox Studio solche NPC-Dialoge macht, wie man sie schon aus manchen Roblox-Spielen kennt. Man klickt drauf, kriegt einen Dialog und hat dann Auswahlmöglichkeiten wie Jo, ich hab Bock auf ein Abenteuer. Okay, du bist jetzt mein neuer Freund. Äh, was? Nein? Und dann fängt er an mir zu folgen. Haust du ab? Und ich würde sagen, los geht's! Solche Dialoge sind ziemlich einfach. Zuallererst braucht ihr natürlich einen NPC. Und weil ihr wahrscheinlich nicht wisst, wie das geht, klicken wir oben auf Avatar und dann auf Rig Builder. Hier könnt ihr dann auswählen, was für einen Rig-Type ihr haben wollt. A15, A6. Ob's männlich-weiblich sein soll, mein Avatar oder die Auswahl an Avataren, die es gibt. Mesh-Avatar 2012 ist dieser noch blockige Mesh-Avatar. Block-Avatar ist klassischer Roblox, wie der Typ hier unten links. Mesh-Avatar 2016 ist der Typ hier. Und dann gibt's noch Arthrow und Skinning-Avatar. Ich mach mal einen Block-Avatar. Blup, der erscheint dann hier einfach wunderhübsch. Ich zieh den mir hier mal runter und den könnt ihr dann customisen, wie ihr wollt. Zum Beispiel könnt ihr die Toolbox öffnen und nach Shirts suchen und dann halt Shirts dort rauswählen. Das Problem ist, da sind meistens irgendwelche Giver. Nehmen wir einfach mal den Typen hier. Jetzt haben wir schon einen Dummy importiert. Ihr solltet aber vorsichtig sein, wenn ihr irgendwelche Sachen aus dem Katalog importiert, weil da könnten Viren drin sein. Hier ist zum Beispiel ein Script, welches einem die Möglichkeit gibt, dieses Shirt offenbar zu kaufen, wenn man den Typen anklickt. Das scheint ja ganz in Ordnung zu sein. Aber ich interessiere mich nur für die Pants und das Shirt, also mache ich hier STRG-C, lösche den Avatar wieder mit Entfernen, hier auf den hier und mache STRG-Umschalt-V und dann ist er angezogen. Heute soll es aber nicht darum gehen, einen Avatar zu customisen, sondern wie man so einen Dialog macht. Und so ein Dialog ist ziemlich einfach, weil das ist ein super altes Feature. Ihr fügt einfach zu dem Kopf hier rechts im Explorer über das Plus einen Dialog hinzu. Bei dem Dialog könnt ihr dann verschiedene Sachen einstellen, zum Beispiel Behaviour-Tags Singleplayer oder Multiple Players. Multiple Players bedeutet, dass er mit mehreren Spielern gleichzeitig interagieren kann, was ihr in den meisten Fällen wollt. Conversation Distance ist die maximale Reichweite, über die man halt entfernt sein darf, um mit dem NPC zu reden. Wenn der Spieler den Radius verlässt, bricht der Dialog ab und wenn er gar nicht erst drin ist, kann er den NPC gar nicht ansprechen. Dann gibt es Goodbye Choice Active. Wenn das anders, hat man immer die Auswahl zwischen dem, was man halt als Auswahl hat und noch einmal Goodbye zu sagen. Oder ihr könnt hier im Goodbye Dialog was anderes reinschreiben wie NÖ. Ein Initial Prompt ist die Nachricht, die der NPC sagt, wenn man ihn anspricht, wie, hey, was geht. Das würde der NPC dann sagen. In Use ist einfach nur zum Auslesen. Bei Purpose könnt ihr auswählen, was für ein Symbol das ist. Help ist ein Fragezeichen. Quest ist ein Dollar-Symbol. Ne, Shop war ein Dollar-Symbol. Ach, keine Ahnung, probiert das einfach aus. Vielleicht ist Quest auch ein Dollar-Symbol, ich weiß es nicht mehr. Und Tone ist die Farbe, die der Chattern hat. Neutral ist, glaube ich, weiß. Friendly ist blau oder grün. Ich glaube, blau. Und Enemy ist rot. Trigger Distance ist eine Distanz, die ihr höher stellen könnt. Wenn man sich innerhalb dieser Distanz befindet, fängt der NPC automatisch an zu sprechen. Auch ganz cool, wollen die meisten nicht haben, deswegen ist es in der Regel auf Null. Trigger Offset ist dann nochmal ein Offset von diesem Head aus. Wenn ihr sagen wollt, okay, ich möchte ein Start entfernt sein, aber nicht vom Head, sondern von ein bisschen weiter unten, dann könnt ihr hier den Offset auf Minus 2 packen. Und dann ist der Dialog zwar im Head, aber die Mitte vom Trigger ist einfach in der Mitte von ihm da drin. Ist aber auch nicht so wichtig. Gehen wir einfach mal ins Spiel rein und gucken, was wir getan haben. Wir haben einfach nur den Dialog reingepackt. Okay, Quest ist ein Ausrufezeichen, Shop ist doller. Wir klicken hier einfach rauf, blub, und haben jetzt, hey was geht, und kriegen die Auswahlmöglichkeit gar nichts. Warum? Weil wir nichts reingeschrieben haben. Er sagt einfach nur, hey was geht. Wie fügen wir hier jetzt noch Sachen hinzu, die man antworten kann, indem man auf dem Dialog über das Plus eine Dialog-Choice hinzufügt. In der Dialog-Choice könnt ihr dann auch wieder auswählen Goodbye-Choice-Active. Das finde ich komisch. Ich glaube, der Goodbye-Dialog ist immer der von dem Dialog, der in der Hierarchie da drüber liegt. Das heißt, wenn ihr hier wieder was auswählt, würde man es auch wieder nicht sehen, es sei denn, es wäre in der Dialog-Choice eine weitere Dialog-Choice drin, weil so macht ihr richtig lange Dialoge. Diese Dialog-Choice könnt ihr umbenennen, wie zum Beispiel, ja, oder, keine Ahnung, hi, könnt ihr die benennen. Aber das ist nicht automatisch das, was ihr dann sagt, weil das, was ihr sagt, ist tatsächlich das, was hier im Response-Dialog drinsteht. Und hier könnte man reinschreiben, hi, wer bist du? Und ich bin dumm, bei hi, wer bist du schreibt man natürlich in den User-Dialog rein, während der Response-Dialog ist, ich bin ich. Und das ist das, was der NPC dann antwortet, wenn man sich das aussucht. Gucken wir uns jetzt noch einmal an, was wir jetzt getan haben, weil, da schlage ich euch vor, dass ihr das immer macht. Ihr geht dann zum NPC hin, klickt hier rauf, hey, was geht, und dann habt ihr, hi, wer bist du? Ich hab's falsch geschrieben. Dann sag ich, hi, wer bist du? Ich bin ich. Wir haben einen Dialog. Wunderbar. Und so könnt ihr das machen. Ihr könnt verschiedenste Möglichkeiten hinzufügen. Ihr könnt hier noch einen weiteren Dialog hinzufügen, wie wer, und der ist dann, wer hat gefragt, Fragezeichen. Ich hab gefragt. Und wenn ihr daraufhin dann was weiteres haben wollt, fügt ihr hier eine weitere Dialog-Choice hinzu, wo man dann sagen kann, Response-Dialog, okay. Wir machen hier einfach mal Goodbye-Choice-Active aus. Und alle sagen einfach, okay. Damit haben wir jetzt unseren Dialog-Baum gemacht. Schicken wir nochmal an. Hey, was geht? Wer hat gefragt? Ich hab gefragt. Okay. Und seht ihr, ich hab zwar die Goodbye-Option ausgemacht, aber ich konnte trotzdem Goodbye wählen, weil in der Hierarchie da drüber Goodbye an war. Das ist komisch. Das wird einfach immer inheriert vom Parent. Ein bisschen undurchschaubar, aber genauso ist das. Ihr könntet, wenn ihr das hier aushaben wollt, bei wer Goodbye-Choice ausmachen. Und dann wäre hier halt keine Goodbye-Choice mehr an. Und so macht ihr einen schönen Dialog mit einem NPC. Aber manche von euch werden wahrscheinlich nicht einfach nur einen Dialog haben wollen, der nichts macht, außer ein bisschen sprechen. Sprechen ist ja eigentlich auch cool. Da kann man dann ein paar Infos rausgeben. Ich kann ja Null sagen und dann ist der Dialog wieder weg. Aber ihr wollt vielleicht auch, dass irgendwas passiert, wenn man eine Option wählt. Wie zum Beispiel bei diesem NPC hier, bei dem ich sagen kann, ey, kleiner Bock auf ein Abenteuer. Okay. Und dann, sehr gut, nimm das Geld und kauf dir eins. Dann kann ich sagen, ich hab gar kein Geld bekommen. Und um das zu machen, braucht ihr ein Local-Script. Das ist immer ganz interessant. Dialog-Events können nur über Local-Scripts ausgelesen werden. Das heißt, ihr fügt zu eurem Dialog einfach über das Plus ein Local-Script hinzu. Und könnt ihr dann reinschreiben, Local-Dialog ist gleich Script.Parent. Dann könnt ihr ja sagen, Dialog.DialogChoiceSelected.Connect. So. Und ich wähle hier einfach mal Inundemes Autofillt aus, damit er mir autofillt, was es für Optionen gibt. Und ihr seht, es gibt einmal den Spieler und die DialogChoice. Das ist dann die DialogChoice, die ihr hier gewählt habt. Das heißt, ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, if DialogChoice ist gleich Dialog.Hi, then Player.Character.Distroy. Ihr seht, ich hab keine richtige Autovervollständigung, weil Dialoge so ein uraltes Feature sind, dass sie nicht mehr richtig gepflegt werden. Hier müsste man natürlich Player reinschreiben. Dann hätte das besser funktioniert. Bei DialogChoice hätte man DialogChoice eingeben müssen. Aber darum hat sich noch niemand bei Roblox gekümmert. Einfach nur, weil es nicht so wichtig für die ist. Wobei Player.Character.Distroy ist vielleicht blöd. Sagen wir mal Player.Character.Humanoid.Walkspeed ist gleich 100. Das sollten wir dann vielleicht auch eher merken, wenn wir das auswählen. Also gehen wir hier zum NPC, klicken ihn an, sagen dann Hi, war bist du? Und mein Walkspeed hat sich nicht erhöht. Ich hab wohl was falsch gemacht. Und natürlich hab ich was falsch gemacht. Daran hätte ich eigentlich auch denken können. Ein Locust-Skript wird natürlich nur ausgeführt, wenn es ein Child von dem Spieler ist. Und dementsprechend müsste man dieses Locust-Skript nicht in den Dialog packen. Sondern man müsste es hier unten in die Startup-Player-Skripts reinpacken. Und von dort aus dann den Dialog-Workspace finden. Das ist aber ein bisschen umständlich. Und das wollen wir gar nicht machen. Dementsprechend hat Roblox für uns eine andere Option. Die viel cooler ist. Und zwar verfügen wir ein normales Script hinzu. Und klicken das Script an, wählen dann beim Run-Kontext hier Client aus. Und dann ist das wie ein Locust-Skript, nur dass es überall ausgeführt wird. Und zwar für alle Spieler. Und das macht es sehr viel einfacher. Es ist dann einfach ein besseres Locust-Skript, kann man sagen. Hat natürlich auch seine Nachteile. Weil man will manchmal nicht, dass ein Locust-Skript von jedem Spieler ausgeführt wird, der es sieht. So, also nochmal hier hin. Klicken auf das Ausrufezeichen. Dann auf Hi, war bist du? Und Walkspeed is not a valid member of Humanoid. Wird Walkspeed etwa mit einem großen S geschrieben? Wahrscheinlich, oder? Walkspeed? Ja, das sieht sogar richtig aus. Solche Sachen passieren schon mal, wenn man keine Autovervollständigung hat und das nie so oft macht. Dafür testet man natürlich immer, nachdem man irgendwas gemacht hat. Und up, ihr seht, ich habe jetzt einen viel höheren Walkspeed, weil ich high war, bis du ausgewählt habe. Aber es gibt natürlich viele Sachen, die man nicht klein-sided machen möchte oder nicht klein-sided machen kann, weil sie natürlich vom Server validiert werden müssen. Wie zum Beispiel Geld geben, was der andere NPC eben ja auch nicht gemacht hat. Und dafür braucht man dann nochmal ein etwas anderes Setup. Für dieses etwas anderes Setup fügen wir zu dem Dialog nochmal ein Remote Event hinzu. Und dann wählen wir das Remote Event aus, indem wir sagen Local Remote ist gleich Script.Parent.RemoteEvent. Und wir sagen hier einfach mal Else.DialogChoice ist gleich Dialog.Wer.OK. Oh, natürlich Else.If. Ich bin ein bisschen dumm heute. Aber ich habe auch wenig geschlafen. Und dann sagen wir einfach mal Remote.FireServer. Und damit schicken wir dann über das Remote Event an den Server die Nachricht, jo, wir haben das Wer-Ding gecallt. Natürlich, wenn ihr jetzt mehrere Optionen habt, könntet ihr hier zum Beispiel auch Wer reinschreiben, damit der Server dann auch wirklich weiß, was genau gecallt wurde. Und Server-seitig müsst ihr dann natürlich auch wieder ein Script erstellen, welches dann auch wirklich RunContextLegacy oder Server ist. Wollt euch auch wieder das Remote Event. Also Local Remote ist gleich Script.Parent.RemoteEvent. Und Remote.OnServerEvent.ConnectFunction. Die gibt uns den Spieler vom Type Player zurück. Und dann auch noch ein weiteres Argument, und zwar Name von der Choice. Jetzt können wir hier sagen, if Name der Choice ist gleich Wer. Then, dann können wir das Wer-Ding auswählen. Wobei, wir haben hier sogar OK gewählt. Dann machen wir das auch richtig OK, machen wir zu OK. Dann schicken wir hier auch OK rein. Und vom Server aus kann man natürlich viel mehr Sachen machen. Zum Beispiel könnten wir jetzt die Daten vom Spieler laden und dem Spieler Geld geben. Wir wollen aber nicht, dass der das unendlich oft callt. Und dementsprechend brauchen wir da auch einen kleinen Debounce. Ein Debounce können wir uns folgendermaßen speichern. Local Debounce ist gleich ein Table, weil es können mehrere Spieler sein. Wir sagen, if Debounce-Eckige Klammern Spieler, then Return End. Das ist natürlich jetzt nur ein Debounce, der eindimensional funktioniert. Ihr könnt natürlich einen multidimensionalen Debounce machen. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, klickt auf das Video, das oben auf dem I verlinkt ist. Da seht ihr noch ein bisschen, was über Debounce ist. Dann sagen wir, Debounce Spieler ist gleich True. Und wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass der Debounce Table wieder gecleared wird, wenn der Spieler den Server verlässt, weil sonst über Zeit der Server-Ram ein bisschen überladen wird und der Server irgendwann anfängt zu laggen. Das heißt, Players ist gleich Game-Doppelpunkt-Get-Service-Players. Und hier unten bei Players.Player-Moving-Doppelpunkt-Connect-Function-Spieler und dann sagen wir hier einfach Debounce-Spieler ist gleich Nil. Damit ist der Eintrag wieder erledigt. Jetzt kann der Spieler nur einmal OK wählen und kriegt dann, was er kriegen sollte. Ich habe zum Beispiel hier in meinem Server-Script-Service ein Datastore-Modul drin, über das ich dem Spieler Geld geben kann. Und das werde ich einfach mal holen, indem ich sage Local-SSS ist gleich Game-Doppelpunkt-Get-Service-Server-Script-Service. Local-SDM ist gleich SSS.SDM.SDM. Und den Spaß müssen wir dann auch noch requiren. Also require das hier. Und dann holen wir uns die Spieler-Daten, indem wir sagen Local-Datastore ist gleich SDM.Find-Spieler-Spieler-Spieler.User-ID If not Datastore, then können wir den Debounce theoretisch auch wieder auf False packen, weil dann hat es ja nicht funktioniert. Oder auf Nil. Können aber auch auf False packen, in dem Fall macht es dann auch keinen Unterschied. Und wichtig, Return. Und ansonsten sagen wir Datastore.Value.Cash. Ich gucke einmal ganz kurz nach. Money heißt es bei mir. Money plus ist gleich 100. Kriegen wir 100 Geld dazu. Ich aktiviere hier mal mein Leader-Stats-Script, damit wir in den Leader-Stats auch sehen, wie viel Geld ich habe. Und wir testen das einmal aus. Wenn euch das hier jetzt komische schwarze Magie ist, nicht so schlimm, das ist einfach nur ein Beispiel, wie es jetzt mit meinem Datastore-Modul geht. Ihr habt natürlich euer eigenes Datastore-Modul, das ihr benutzen könnt dafür. Und wenn ihr noch keins habt, dann schaut euch das Video oben auf dem i an. Da zeige ich genau, wie man das hier benutzt, welches ziemlich, ziemlich nützlich ist. Der einzige Nachteil, wenn ich jetzt die Leader-Stats benutze, ist, ich muss natürlich hier dann auch noch sagen, if Datastore.LeaderStats, then Datastore.LeaderStats.Money.Value ist gleich Datastore.Value.Money. Weil die müssen wir auch noch aktualisieren. Das Ganze testen wir jetzt einmal aus. Nehmen wir hier hin, gehen, dann auf das Ausrufezeichen klicken, dann auf Wert gefragt klicken. Ihr seht oben rechts in die Leader-Stats, ich habe 5000 Money. Noch nichts ist passiert. Und wenn ich auf OK drücke, dann wird ein Remote-Event gecallt. Und ihr seht oben rechts ist mein Geld gerade auf 5100 hochgegangen. Und es hat ein bisschen gebraucht, um zu laden, weil der ganze Spaß noch vom Server validiert werden musste. Aber ich habe Geld bekommen. Hat funktioniert. Und das ist eigentlich alles, was ihr beachten müsst, wenn ihr mit solchen Dialogen dann Sachen serverseitig implementieren wollt. Das war jetzt das Beispiel, wie es mit Geld geben geht. Ich habe euch ja hier vorne noch das Beispiel gezeigt, wie es mit einem folgenden NPC geht, wo man dann sagt, ja, ich habe Bock auf ein Abenteuer, geh weg. Und der Typ fängt dann einfach an, mir zu folgen. Und das werde ich euch jetzt auch noch zeigen, weil es gibt immer noch das Problem, dass ich bei diesem NPC hier auf das Ausrufezeichen klicke und immer noch sagen kann, wer hat gefragt. Und immer noch sagen kann, okay, aber dann passiert nichts mehr. Wegen dem Debounce seht ihr hier oben, mein Geld bleibt bei 5100 Euro. Wir wollen aber vielleicht die Option gar nicht mehr haben. Und die einfachste Möglichkeit, um diese Option dann kleinseitig auch zu entfernen, ist zu sagen, task.wait etwa 5 Sekunden, weil die Dialoge brauchen immer ein bisschen, um abgespielt zu werden. Und dann sagen wir, dialog.wer.okay, Doppelpunkt, destroy. Und dann ist es einfach wieder weg. Weil deaktivieren geht aus irgendeinem Grund nicht. Und das gucken wir uns hier auch einfach mal an. Ich zeige euch, was ich hier gemacht habe. In diesem NPC habe ich im Head einen Dialog, einen Dialogbaum, um genau zu sein. Begleiter, maybe, okay. Bei okay ist noch eine Dialog-Choice drin. Hier ist auch noch eine Dialog-Choice drin. Dann haben wir ein Remote-Event und ein Local-Script. Beziehungsweise ein Server-Script, welches auf RunContextClient gestellt wurde. Und das hier ist genau dasselbe Script, das ich euch schon gezeigt habe. Wir haben das Remote-Event. Wir haben die verschiedenen Choices und wir gucken einfach, ob die Choices das gleiche sind. Dann gibt es hier Begleiter-Choice. Da wird dann einfach das Remote-Event gefeiert. Und im Server-Script-Service haben wir ein NPC-Script. Dieses NPC-Script nutzt dieses NPC-Modul, welches ich in einem anderen Tutorial erstellt habe. Wenn ihr wissen wollt, wie das NPC-Modul funktioniert, klickt oben rechts auf das i. Da zeige ich euch, wie man das NPC-Modul macht. So sieht es aus. Und das wird utilized hier in diesem Script, indem wir uns den Player-Service holen, den Workspace holen, das NPC-Modul holen und require. Dann den NPC im Workspace finden, das Remote-Event im NPC finden, auch wieder ein Debounces-Table haben. Und dann nutzen wir einfach mal das NPC-Modul, um einen neuen NPC zu erstellen daraus. Aber das mache ich nur, damit der NPC sich so ein bisschen bewegt, während er rumsteht. Dann haben wir hier wieder die Funktion Remote-Event, wo wir die Debounces checken. Wir holen uns den Charakter vom Spieler und wir klonen den NPC. Wir destroyen den Dialog im Head vom NPC, damit man mit dem NPC dann nicht mehr reden kann. Das ist irgendwie komisch sonst. Und da wäre dann nochmal das Local-Script erneut drin, was auch komisch wäre. Aber man könnte theoretisch da auch neue Dialoge reinmachen, wenn er ein Begleiter ist. Dann hätte man so ein cooles Begleitersystem, finde ich. Setzt Parent vom NPC auf den Workspace und dann erstellt man ein neues NPC-Objekt mit der NPC.new-Funktion von dem Modul und sagt dann NPC-Objekt Doppelpunkt folgen und er soll dem Primary-Part vom Charakter des Spielers folgen und bei der Line of Sight den Charakter an sich ignorieren. Und das ist alles. So einfach macht man einen Begleiter und so einfach macht man einen NPC, der einem Geld gibt. Und das funktioniert beides auch nur einmal, weil der Dialog destroyed wird und weil es serverseitig, um sicher zu gehen, nochmal einen Debounce gibt. Das ist ein wichtiger Tipp an euch. Immer alles serverseitig auch validieren, weil es kann immer sein, dass Hacker die Remote-Events einfach selbstständig callen und dann können die sich irgendwelche Sachen geben, die sie vielleicht nicht haben sollen. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier ist noch ein Video eingeblendet. Das war's aber jetzt erstmal. Bis dann und... Tschau!